Heute spielen wir Mörder und ich habe irgendwie die Anmod Coole gedacht, als ich gedacht habe. So, meine Freunde, ich glaube, was ist das? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir endlich mal wieder OG-Mörderfreunde. Das heißt, komplett OG ohne irgendwelche Faxen, ohne irgendwelche Hexen oder sonst irgendwas. Komplett OG, und zwar mit meinen Freunden André, Kalle und MBK. Wie hast du mich gerade genannt? MBK! Okay, 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 okay. MBK. Meine Damen und Herren, wir spielen heute Mörder im Big Ben, der noch steht. Der von 4Fortnite war, meine Damen und Herren. Built by Stuart Stroh. Kann ich nicht aussprechen, aber bei ihm da hinten. Friends, seid ihr ready, um heute Mörder-Spielchen zu spielen und in eure Kopf reingehen und Seelen rausreißen und André hat auch eine Folge gemacht. Checkt die auch ab. 3, 2, 1, go! Au-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luh. Baba alla baba. Ah, yes. Wer weiß. Wer weiß, wir wissen nicht, wer wer ist. Deswegen geht einfach in die Boxen, Jungs. Danach wissen wir eh nicht, wer es ist. Deswegen... der rechts von mir war's. Wir gehen rein, Friends. Und zwar, Jungs, hier hinten bei dieser Platte, der Papa-Platte, gehen wir rein. Und ich würde mal sagen, Friends, wenn ihr drin seid, der Mörder hat 30 Sekunden, um den Schlüssel zu verstecken. Und Freunde, heute... 30 Sekunden? Äh, ne Minute, ne Minute. Der Mörder hat 5 Sekunden, zeig jetzt. Okay, zu spät. Zu spät, der ist raus. Wir haben gewonnen. Und zwar, Freunde, haben wir heute, wir haben heute eine spezielle Einstellung. Denn Fortnite hat wieder reingejoked. Sag mal nochmal. Ja, ist doch übel schwer. Spezielle Einstellungen. Ich hab mich so sehr konzentriert, dass ich das richtig sag, dass ich das andere falsch gesagt hab. Das Ding ist, Freunde, wir haben eine spezielle Einstellung. Wir sehen links oben die Mitspieler. MBK, Kalle und Mystic Styro. Das sehen wir André nicht. Das sehen wir André nicht. Das heißt, wir wissen immer, wenn irgendjemand stirbt, außer André. Warte mal, das ist nicht so cool, wie ich denke. Der Mörder kann mich abstechen, ohne dass jemand weiß. Oh. Warum sag ich das jetzt? Warum sagst du das? Okay, ich stehe André. Und Milkan so, oh. Milkan, Milkan. Freunde, by the way, geil. Le Map, Kuss geht raus und der Big Ben sieht ja Maschallah aus, Digga. Wasch, Maschallah. Ja, ich find das auch sehr gut von Styro, dass er hier meinen Sch... Ja? Ich wusste nicht, wie ich das umdingsen... Er hat mein drittes Bein einfach nachgebaut. Dankeschön dafür. Okay, jetzt hab ich's nicht verstanden. Ich auch nicht. Da oben sind fliegende Inseln. Ja, und? Wie kommt man da hoch? Sag ich dir nicht. Jungs, wo seid ihr? Die Map ist nicht so groß. Die Map ist gar nicht groß, Digga. Ich sag dir ehrlich, aber ich bin versteckt. Aber wo seid ihr? Stein der Schuhe. Also, ich sehe die ganze Zeit jemand mit dem Spitzhack rumlochen. Das ist wahrscheinlich André. Ich bin auch mit Pickaxe unterwegs. Ah, okay. Freunde, das Ding ist, dieser Skin, den wir auch spielen, der ist... Big. Hä? Einer hat andere Variante. Wer ist das? Wahrscheinlich, der, der sagt, der Skin ist Big. Wir wissen niemals, wer wer ist, Fax. Außer, warte, Jungs, Jungs. Ja, genau, genau. Genau, nein, 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 nein. Ja, genau. Perfekt, perfekt. Oh, du Mann, alles okay bei dir? Nee, nee, nee. Ich sehe die Schlüssel. Ich sehe die Schlüssel. Geh weg da. Geh weg da. Ich will den Hamm. Ich sehe ihn auch. Geh weg da. Oh. André. Warte mal. Bist du der einzigste... Ah, warte mal. Warte, war Kalle gerade um die Ecke? Warte mal. Kalle macht gerade so. Guck mal, bitte. Er macht so. Ey, hier, hier, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Nee. Schlüssel. Oh. Ich will euch demonstrieren, okay? Kommt mit. Ich war hier so... Er will uns demonstrieren. Keiner hat gefragt, aber er will... Hab versucht, da reinzuspringen. Geht aber nicht. Ah, ja. Bin dann hier um die Ecke. Dann kommt Schlüssel. Ich so, wo, wo, renn raus und sehe da hinten was leuchten. Von hier. Hä, von hier um die Ecke? Bleibt stehen. Bleibt stehen. Nein, ich dropp die goldene. Dann haben wir es besser. Aber diese Schwaffe gott mir. Wer nimmt das? Ja, 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 ja. Schwaffe? Bruder, die war... Das war so schlecht, die Droppe. Die war ein bisschen an der Wand dran. Mach den Drop. Das kann man nicht droppen. Hier. Doch. So war die. So war die. So war die nicht. Bruder, na klar. Digga, kann man nicht. Detektiv, was sagen sie dazu? Kalle ist schwierig, Digga. Ich sag euch ehrlich. Ich schwöre dich. Kalle... Nee, 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 nee. Schwierig. Ja, okay, warte. Er hat geschworen. Ja, dann stimmt das. Ich schwöre auf Pokémon. Oh. Das ist eine über alle Zeit. Wenn du jetzt lügst, Kalle, stirbt dein Pokémon. Wenn ich jetzt lüge, dem saliere ich Pokémon. Ohstet ihr, dass Pokémon Pocket-Monts sind? Boah, aber Mann. So kann man Kalle triggern. Pokémon-Monts, der Digga. Das Ding ist, wer war mit mir und hat sich geshapeshiftet? Nee, nee. Ich bin mit dir gelaufen beim Schlüssel. Meinte, da ist der Schlüssel. Schüssel. Wer war mit mir, also mir kam was safe mit mir und hat sich geshapeshiftet. Wer war der Dritte, der mit uns sich verwandelt hat? Junge, willst du mich träumen? Hast du mich auf Null? Hörst du mich nicht? Ich bin doch genau hinter dir gelaufen wegen... Der letzte war André. Ach so, okay. Also Kalle warst nicht bei uns. Ja, deswegen... Jungs, unsere Taktik funktioniert. Links oben ist Kalle tot. Es heißt, Kalle hat auf Pokémon gestorben und er war es nicht. Ich sag euch ehrlich, wir haben jetzt einen Mörder-Verschwächer. Entschwächtiger haben wir jetzt. Ich verwandle mich zurück, irgendeiner noch nirgends Mörder. Ich möchte nicht aussehen wie der Mörder, deswegen... Ich verwandle mich nicht zurück, weil ich würde gerne aussehen wie der Mörder. Oh Gott. Oh du Mann, ich sag dir so wie es ist. Ist? Schatz. Wer bist du? Ich bin's. Hallo. Oh du Mann. Digga, er ist... Ich hab halt nach dem A geschossen, das ist richtig dumm. Lass uns das einfach vergessen, ich wollte cool sein. Oh du Mann. Oh du Mann. Oh du weißt, man sieht dich oben links, oh du Mann. Oh du Mann. Er ist nicht mehr da. Oh. Hat er Anruf bekommen? Ja, er ist tot. Okay, André, wir machen so. Ja? Bist du Mörder? Ja. Ehrlich jetzt? Ja, doch. Ey, nein, aber was... Ey, ich glaube, ist das gerade Dings? Oh du Mann. Vielleicht bin ich da, vielleicht bin ich nicht da, Jungs. Man sieht es doch. Also ich nicht, aber Mörkern. Wie sehe ich das? Warum redet Mörkern auch, du Spast? Hey, ich bin doch nicht down. Wir müssen doch andere Tricks. Ey, ihr hättet mich echt freuen können. Achso. Ah. Ah. Was sind das für komische Lasergeräusche immer, Junge? Ich weiß es auch nicht, Digga. Ähm. Ich glaube, das ist Odomans Gleiter, oder? Help Step am Stack. Irgendjemand ist Out of Mad. Boah, jetzt hätte ich so auf dich schießen sollen. Okay, warte mal. Wo ist jetzt Kalle gestorben und sehen wir seinen Loot? Das ist unsere Frage, Jungs. Out of Mad. Oh, Mad. Jungs, wo ist Kalle im Sturm und wer hat ihn gekillt? Jemand schießt auf mich. Es ist Mörkern. Oh Mann, ich bin shapeshiftet. Okay. Das glaube ich nicht. Was laberst du, Junge? Komm vor, Big Ben, ohne Spitzer. Ja, genau. Ich komme, ne? Ich werde gerade mit Schalldämpfer abgeschossen. Ich komme mal kurz. Du bist verwandelt, ne? Ja, ich bin hier oben. Du hast mich einmal gesehen, ich bin weg. Mörkern lebt auch noch. Ich weiß nicht, was André da macht. Aber es ist kurz vor 8. Nein. Nein. André hat gerade einfach in die Renderung, in die Luft geschossen. In welchem Raum bist du, Odeman? Ich bin versteckt, Bro. Ich sage nicht. Ja, beweg dich mal kurz einmal einen Schritt nach hinten. Habe ich. Dreh dich mal im Kreis. Habe ich. Mörkern macht mit. Er ist auch shapeshiftet. Welche Farbe hat deine Wand, die du anguckst? Gold. Okay, Mörkern ist in dem grauen Haus hinter Big Ben. Ich höre ihn. Ich bin das. Ich bin das. Hä? Das wäre jetzt so müde gewesen, der hätte die Rundermann gekillt. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Bist du das? Ich bin das. Warum chillst du hier? Junge, weil der Mörkern kriegt ein Gäublei. Er hat auf dich geschossen. Sag mal, ich schieß. Sag mal, ich schieß. Ich installiere Pokémon, wenn ich lüge. Guck. Du wurdest doch gelöscht, Junge. Was freust du dich, du Bastard? Warum freue ich mich? Aber das ist irgendwie witzig. Er hat sich bildet. Oh, du wurdest gelöscht. Nein. Ich habe dich nicht gesehen, Junge. Du hast getan. Ey, wisst ihr, was unlucky ist? Das wird oben links, Digga. Das können wir nicht machen. Er macht so, okay, Kalle ist da und André war neben mir. Das Ding ist, was sollen wir jetzt machen? Wir können es nicht einfach ignorieren. Abdecken. 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 Hab ich schon mal gemacht. Abdecken. Abdecken, Jungs. Abdecken, mit Corona-Maske. Ich mach mal mit Kohl Papier. Warte, ich brauch irgendein Blatt oder so. Okay, Friends. Wir decken das kurz ab. Dann schickt mir jeder von euch ein Bild. Ist mir egal. Okay, Friends. Ich habe das jetzt dahin getan. Ich sehe gar nichts. Jeder Junge. Jeder Junge? Jeder von den Jungs. Macht jetzt eins hin. Schickt mir ein Bild. Ihr werdet hier gleich Beweisfotos sehen. Dann, let's go. In die nächste Runde. Okay, Jungs. Seid ihr bereit bei den Daumen und Türen? Über die zweite Runde. Alter, halt deine Fresse. Drei, zwei, eins. Salat, Toffee, Steffens, mit Käse, Salami, Wurst. Wurst, 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 Wurst. So, Jungs. Ihr wisst, der Detektiv... Oh, am Mann ab. Digga, was ist da passiert? Digga, ich höre... Oh, das Leben. Okay, Friends. Wenn ihr bereit seid, kommt in die Map. Der Mörder hat wieder eine Minute Zeit, um den Schlüssel zu verstellen, meine Damen und... Und, Friends, der Detektiv darf einen Blick wagen unter das Tuch. Ihr wisst Bescheid, Friends. Und wir werden losfetzen. Fetzen. Quasi wie jemand, der fetzt. Und, Freunde, für euch wird natürlich oben links auch geblurrt. Oder, beziehungsweise, ja, geblurrt. Dass ihr natürlich auch nicht sehen könnt, wer gestirbt. Ja, jetzt bin ich ganz wenig da. Was laberst du? Das ist doch richtig. Wer gestirbt wird. Würde. Würde. Smash. Smash. Wodemann redet nicht. Ich bin so detektiv. Ich gucke da. Er hat versteckt. Er kann sich nicht auf eine Sache gucken. Er muss nur verstecken, Jungs. Ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren. Ist so. Und jetzt gucke ich in den Busch rein. Und wir schauen nach, ob es da ist. Warte, wer ist das hier? Wer ist das hier? Ich bin hier. 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 Und Schlüssel gefunden. Okay. Warte. Warte. Warte, Mann. Oh, ich hab's rausgeschafft. Ja. Warte, Mann. Ja. Warte, Mann. Guck. Okay, ich bin weg. Hat er dir gerade seine Küse gezeigt? Ja. Er hat mir seinen Schmorneck gezeigt. Oh, ja, war er groß. Oh, er war riesig, Digga. Warte, Mann. Guck. Guck. Ich gucke. Guck. 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 Das ist unser Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Ey, wir sind jetzt Dings. Wir sind der Orden des Phönix. Wir sind der Orden des Phönix, Jungs. Hä? Guck mal, Kalle und André waren gerade beide zusammen in diesem Busch. Und Kalle... Hä? Ich bin stuck. Ich wollte gerade was sagen. Das weiß ich. Das dürfen sie nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Haben sie rumgeküsst? Wir haben geküsst. Wir haben geküsst. Kalle gefanboyt? Digga, ich habe andere Sachen gemacht. Ich gehe jetzt in den Big Ben, weil die Waffe ist safe in Big Ben. Entschau Jungs. Ich war da schon. Da ist sie nicht. Kalle ist hinter dir. Falls du dauernd bist, Kalle. Schwierig, schwierig. Ich werde hingehen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich brauchen wir nicht mehr mitspielen, weil Mir kann ohne eine engen Abkarte spielen. Nein, 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 nein. Wirklich nicht. Okay, sagen wir mal so, es hat nichts mit unseren Rollen zu tun. Das stimmt. Gar nicht. Okay, by the way, Big Ben ist auch nichts. Ne, wirklich? Man kann hier aber noch hochgehen und hier warst du nicht. Guck mal, der Schlüssel ist nicht hoch versteckt. Oh mein Gott. Der ist zu eklig versteckt. Ich glaube, es ist Kalle, ne? Ich weiß, ich habe den Schlüssel. Oh nein. Wer ist das? Wer ist das? Wer bist du? Ja, was willst du jetzt machen? Wer ist das wohl? Hä? Der Typ mit der Diegel. Wer könnte das sein? Hä? Der Shotgun ist doch einer geschossen hier dran. Irgendwer hat ein Sturmgewehr mitgenommen. Oh, was machst du jetzt? Oh, Digga. Junge, André, spiel doch mit, Digga! Vor allem, das geil ist, Kalle sagt, irgendjemand hat ein Sturmgewehr mitgenommen. Mirka macht, oh, Digga. Mirka hat es dann im Inventar ein fuller Sturmgewehr. Hä? Da muss ich snitchen, Bruder. Er ist so ein Typ, wenn er, wenn man fragt, was ein Kalkenmeer hat, aber es gibt nicht. Ist so. Hey, ich spiel mir nicht Mörder plus Waffenverkäufer. Ah, Digga, stell dir vor. Neue Zusatzrolle, Waffenverkäufer. Ja, die Waffen dringen euch halt einfach nix, ne? Ja, das ist aber der. Ja, das ist aber der. Ja, das ist aber der. War mir nix. War mir nix noch? Hab jemand gestorben? Ich hab nicht, wie er gestorben ist auf dem Haus. Hallo? Ah, plötzlich alle tun. Komisch. Hä? Wo ist der gestorben, Kalle? Auf so ner Ruine, auf so nem Haus bei Big Ben. Ne, ne. Ich bin jetzt grad da. Auf so nem Vorsprung. Kalle? Ja? Ich seh nix, ich hör nix. Ist safe einer gestorben, oder was? Ja, ich hab dieses Ding gesehen. Okay, das Ding ist, wir brauchen jetzt ne Diegel, Bruder, damit wir gucken können. Ich hab die Diegel. Zum zweiten Mal, ja. Ja, guck, 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 wer gestorben ist. Ja, genau. Ach, stimmt. Guck. MBK. MBK. Ist gestorbt. Ist gestorbt. Wo bist du, Kalle? Aber ich kann halt andere nicht sehen. Es könnten halt schon beide so sein, Digga. Das ist es, Bro. Ich weiß ja auch nicht, wo du bist. Ohloman, geh. Ich weiß auch nicht, wo du bist, Bro. Wirklich. Ich hab keine Ahnung. Ich will auch nicht wissen, wo du bist. Geh. Ich kann dir ne Scar geben, Bruder. Ja, okay. Dann leg die vor Big Ben. Ich leg die vor Big Ben, aber mich nicht töten. Okay? Digga, du rennst halt genau von da weg, wo die Leiche war. Was darfst du? Ey, ne, 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 ne. Ich bin da. Hör zu, hör zu. Warte, bevor du schießt. Keine Bewegung. Hör zu, hör zu, hör zu. Okay, ja, ich hör zu. Hör zu. Ich will's dir nur zeigen. Ich bleib hier. Guck. Siehst du mich? Ja, ich seh ich. Ich war hier oben drauf. Mhm. Und siehst du was neben dir, wo du gerade hergekommen bist? Das. Oder das. Wo du gerade hergekommen bist. Welches war das? Ich weiß es nicht. Beide sehen gleich aus, Kalle. Digga, das ist dein Ernst. Ey, ohne Witz. War das das hier? Warte mal. Ja, das hier. Ja, hier war ich. Hier, hier war ich. Kalle, hallo? Das ist so schlecht. Warum bin ich schlecht? Okay, Odo, renn mal um den Big Ben bitte rum. Kann ich machen? Wo? Mach keinen vorelligen Entschlüssel, ich sag's dir. Hä? Kalle? Digga, geh. Chill, 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 chill. Chill, chill, chill. Hier, hier, hier. Ja, ja. Okay, okay. Hinter dir das Haus, wo du gerade hergekommen bist. Da wurde jemand getötet. Wo? Hä, was ist hier hinter mir? Da vorne jetzt? Das Haus hier, das da. Da, wo ich hüpfe. Hier, siehst du mich? Ich hüpfe. Digga, ich seh dich nicht. Hier, da, das Haus. Da wurde jemand getötet. Ja, lass gucken. Ja. Geh nur gucken. Wir sind hinter mir. Ich brauche Cover. Ich bin über dir. Hast du echt den Schlüssel jetzt? Das war bei Retalk? Das hatte ich Digga gesehen. Hab ich echt nicht. Aber hier liegt kein Loot. Ah! Gehört. Oh mein Gott, Digga. Ich dachte, du hast gerade auf jemanden geschossen. Wahrscheinlich hast du den Loot einfach mitgenommen. Bro, hab ich nicht. Ich hab dir doch gerade gejobbt. Aber André geht auch nicht. Ja, Bro, das ist ein dummes Spiel. Hast du André seine... Nein, warte, wir haben... Wir haben André seinen Namen nicht, ne? Oben links. Ne, haben wir nicht. Boah, André. Oh mein Gott. War das ein ekliges Play von André. Okay. Ja, aber ne. Ich glaub, das wär zu obvious. Dass er sich einfach dann tot stellt. So, oh mein Gott. 2012 hat angerufen. Ich bin tot Mörder. In Fortnite. Ja, aber er kann's halt perfekt machen. Wer bist du? Stopp! Okay, okay, okay. Der kann's halt perfekt machen, weil er halt seinen Namen nicht da ist. André, du bist so schlecht, wirklich. Lass einfach hierbleiben, Kalle. Kann uns eh nicht besiegen. Lass einfach chillen. Bleib hier! Ich brauch Abstand von dir. Bro, ich... Digga, hätte ich... Das macht doch keinen Sinn. Hätte ich dich jetzt gekillt, hätte ich dich gekillt. Kalle, bitte bleib bei mir, Junge. Digga, renn wir doch nicht hinterher. Ich hätte dich doch schon längst killen können. Ja, aber du willst es spannend machen für Video. Für was? Du weißt, was andere nicht gekillt und der wird dich rächen. Was rächen? Weiß ich nicht. Ich räche deine Dummheit, wirklich, Kalle. Wieso hat der Kalle so viel Leben für dich? Ich weiß nicht, er hat 52 Leben oder so. Digga, Kalle! Das hätte nach hinten gehen können, Digga. Ich habe dir vertraut mit der Waffe. Wer kann? Ich habe dir vertraut. Das Ding ist, ich schie... Ich schieße einfach mehr kann tot. André läuft an meinem Busch vorbei. Er läuft vorbei, er dreht sich um... Hallo? Er sagt ihm dann Hallo? Dann muss ich ihn auch einfach... Geil. Einfach gehen, Freunde. Okay, aber... Ey, friends, das waren geile Runden. Kalle noch ein bisschen hops genommen am Ende. Ähm, das war halt auch geil, dass André sein Name halt links oben nicht angezeigt wird, Freunde. Der Übel, ja. Deswegen haben wir gut gecarried. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs unten ab. Wir haben auch bei Kalle ein neues Spiel irgendwie aufgenommen. Checkt das gerne auch mal ab, Freunde. Das war lustig. Macht's gut. Peace!